Hast du etwas getan, was sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar eine Hut? Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen, ohne vorher deine Nachbarn um Erlaubnis zu tragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung bestraft, bist eine Schande für die ganze Nacht verschaft. Du weißt doch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu, die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden, mein Tag und auch mein Nacht. Lass die Leute reden, das haben die immer schon gemacht. Du hast doch sicherlich ne Bank überfallen, wie könntest du sonst deine Miete bezahlen? Du darfst nie mehr in die Vereinigten Staaten, denn du bist die Geliebte von Osama Bin Laden. Rasierst du täglich deine Damenbart? Oder hast du im Garten ein paar Leichen verschaft? Die Nachbarn haben da sowas angedeutet, also wundere dich nicht, wenn bald ich riebe, wobei die Leute... Lass die Leute reden und hör einfach nicht hin, die meisten Leute haben ja gar nichts Böses im Sinn. Es ist die Einzige, die das Leben hat sich quälen, und der Tatort ist der Sacker. Wenn man Märchen erzählt, unwahrscheinlich ist die denn das nicht verkeinlich. Es ist hier wie wenn jede Einsicht. Und wieder mal 20, sie sind kreinlich, unvermeidlich, wenn sie feinlich. Hast du gehört und sag mal, wusstest du schon, nämlich, du verdienst dein Geld der Konstitution. Du sollst ja meistens vor dem Fussbahnhof stehen, der Kollege eines Schwagers hat dich neulich gesehen. Lass die Leute reden und lächle einfach mit, die meisten Leute haben ja gar nichts Bösen aus ihr Bild. Und wie besteht nun mal der Wisse das Licht? Aus Angst, Hass, Tippen, auf dem Wetterbeweg. Lass die Leute reden, denn wie das immer ist, so leid die Leute reden, machen sie nicht schlimmer ist. Und ein wenig Heuchelei kannst du dir durchaus leisten, weil glücklich ist auch nicht. Das ärgert sie am meisten.